Servus, wir sind heute bei Trachten Angermeyer und kriegen unsere neue Tracht. Hier habe ich gerade meine neue Lederhose bekommen und ich bin sehr zufrieden. Ich bin die Lederhose von meinem Opa gewohnt. Die war jahrelang schön eingesessen im Bierzelt und jetzt ist es an der Zeit, dass ich meine eigene einsetze. Dann haben wir unsere vereinseigenen Lederhosen, dem Logo und Branding da drauf und auch bei den Hosenträgern. Also ich finde, die Tracht passt am besten zu unseren ausländischen Spielern und auch Trainer, dass die sich gleich gut einfügen hier in München. Und wo es tatsächlich ein bisschen ungewohnt ausschaut, ist bei unseren zwei Heikelzwillinge, weil die haben bestimmt normalerweise selber gestrickte Hosenträger an und die werde ich ein bisschen aufziehen, und dass sie nicht von daheim dieses Mal jetzt eigene Hosenträger anziehen. So, jetzt sind wir fertig hier bei Trachten Angermeyer und haben unsere bärige Lederhosen endlich an. Und so, glaube ich, sind wir bereit und können auf die Wiese gehen.